Musik Das Spiel Oranienburger Handballclub gegen MTV Braunschweig wird Ihnen präsentiert von Elektro Kuhfeld. Wir sind inzwischen in der zweiten Saison Sponsor beim OAC. Wir freuen uns sehr, die Entwicklung, den Weg weiter mitzugehen. Wir hoffen sehr, dass die durchwachsenden Leistungen heute in einen Sieg umgemünzt werden und wir endlich wieder ein ganz, ganz tolles Spiel in der tollen Halle in der MBS Arena mit ganz tollem Publikum sehen. Ja, und die Hoffnungen wurden erhört. Ein tolles Spiel mit tollen Leistungen in einer mal wieder tollen, stimmungsvollen Halle. Großer Jubel nach dem Schlusspfiff. Der OAC endlich wieder Sieger. Nach einem emotionalen und hart umkämpften Match gegen den MTV Braunschweig. Ein wichtiges Spiel für uns. Sehr emotional. Wir waren heute mental, glaube ich, voll auf der Höhe und haben am Ende in Braunschweig einfach niedergekämpft. Nicht nur ein gutes Handballspiel gemacht, sondern, glaube ich, auch das gezeigt, was dem OAC vielleicht auch ein bisschen in den letzten Spielen abhandengekommen war, gerade in den Heimspielen. Nach drei Niederlagen in Folge war klar, dass man heute am Samstag in der MBS Arena wieder einen Sieg feiern wollte. Die Oranienburger mussten zwar verletzungsbedingt auf Darius Krey sowie Yannick Schindl verzichten. Mit dem MTV Braunschweig reiste aber auch ein Team an, welches mitten im Abstiegskampf steckt. Daher ging es gleich von Beginn an richtig zur Sache. Es entstand ein regelrechter Schlagabtausch. Beide Mannschaften heiß, beide Mannschaften voll drin. In 7 zu 7 stand es nach gerade einmal 11 Minuten. Der OAC konnte sich von hier an das erste Mal mit drei Toren absetzen. Die Braunschweiger hingegen konnten diesen Vorsprung direkt im Anschluss wieder aufhören. Ein enges Match auf jeden Fall. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause starteten die Oranienburger dann aber noch einmal einen Schlussspurt. Zwei Tore durch Robin Spickers sowie ein großartiger Block und Tempogegenstoß von Janis Bohle stellten den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. So führte der OAC, der Oranienburger Handballklub, nach einer starken ersten Halbzeit 14 zu 11. Wir waren alle wirklich zu 100 Prozent dabei und das lief heute schon sehr stark. In der Abwehr, gerade in der ersten Halbzeit, ein sehr gutes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwergetan. In der zweiten Halbzeit mussten die Zuschauer dann aber erst mal ein bisschen zittern. Die Nummer 10 der Gäste, Marco Caraula, erzielte allein in der zweiten Halbzeit neun Tore und brachte sein Team in der 43. Spielminute mit dem 19 zu 19 Ausgleichstreffer zurück in die Partie. Von hier an eine emotionale Schlussphase. Eng das Spiel beiden Teams wurde alles abverlagt. Verworfene sieben Meter, mehrere Auszeiten und eine bebende MBS-Arue. Die Zuschauer feuerten ihr Team noch einmal richtig an, feuerten sie nach vorne. Und so konnte der OAC kurz vor Schluss erneut mit drei Toren in Führung gehen. Am Ende hieß es 30 zu 28 für den OAC. 30 zu 28 für den Oranienburger Handballklub. Ein ganz wichtiger Sieg in einem ganz engen Match. Die kurze Durststrecke wurde überrunden und am Ende könnte ein Sieg gefeiert werden. Ich fand, wir haben in der zweiten Hälfte erst ein bisschen mit weniger Emotionen gespielt wie in der ersten Hälfte. Aber dann haben wir irgendwie gemerkt, heute geht was. Die Halle kam auf einmal. Also wirklich, heute waren Emotionen drin. Gerade wenn man es vergleicht zum letzten Spiel gegen Potsdam, war das schon eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben es trotzdem, glaube ich, das war das Allerwichtigste emotional angenommen. Und von daher bin ich heute sehr stolz auf die Mannschaft. Für das Team von Christian Pahl sieht es sechs Spieltage vor Saisonende sehr, sehr gut aus. Bereits jetzt hat der OAC so viele Zähler wie am Ende der Vorsaison sammeln können. Am 30. März gibt es dann das nächste Heimspiel gegen die zweite Vertretung der SG Flensburg-Handewitt. Wir sind natürlich auch wieder mit dabei und hoffen natürlich auf ein ebenso spannendes, emotionales und enges Spiel und natürlich auch einen Sieg wie an diesen Tagen. Das Spiel Oranienburger Handballklub gegen MTV Braunschweig wurde Ihnen präsentiert von Elektro Kuhfeld.